So, willkommen zurück Wo liegt der One? Episode One meint ich Äh Äh Warte mal Ich mach mal nur mal bis zur Hälfte Wer schieß da dann? Pfff Oh, sehr schön Oh, Mann Ist ja der Hammer, ey Ah, ist schwer Äh, ist Extrem schwer, ich will Na, sieht auch die Scheiße auf Äh, Gott sei Dank, ey Pfff Oh Oh, da ist einer hinter uns Schwer, schwer Extrem schwer Pfff Oh, Mann Schon halb eins, ey Wie gesagt Im Bild nicht zu übel Wenn ich da mal ein bisschen rummecker Oder wenn ich mal pro In, in, in Pro Part mal nicht weiterkomme Nicht auf ihm, einfach weitergucken Die Parts Oh 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 Speichert hatte Äh Äh, da musst du echt Gehirn einschalten, ey Und kommst dir nicht weiter Okay Okay, so Okay, so Tausend Wege Und Da durcheinander kommst Ist vorbei Da ist noch ein Zettel Da ist noch ein Zettel So Irgendwas haben wir jetzt hier aufgemacht Nee, eher zugemacht Okay Okay Können wir auch nicht auslösen Können wir auch nicht auslösen Äh 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 Scheiße Äh 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 Warum ist jetzt hier zu, ey? Ja, und jetzt? Alter, hoch wäre Schwachsinn. Und schon fängt das wieder an, ey. Naja, das ist ja nicht so easy, ey, ey. Ey, was ist denn das hier? Das hier ist ein Scheiß-Labyrinth, ey. Schön, dass ich was sehe, da lang. Dieser Scheiß-Wege hier, ja, drehst du durch, ey. Gut, wo ihr langt, ne? Oh Mann, ey, ist der Wahnsinn. Das ist Episode 1, ey, ey, das schwört ja kein Ende hier. Das hier überall so viel Schrott liegt hier, ey, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So, und wohl jetzt lang. Da geht's schon mal nicht weiter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das hier ist so. Da war's. Wie geht's denn? Oh. Gehen wir mal hier lang Ey, hier findest du nur Dokumente, aber da kommt man hier auch nicht Boah, Gott, ey Warum ist das mühsam hier, ey Hm Irgendwo der ehene Weg hier Ey, komm, geh hier hoch, verdammt nochmal Oh, Mann Steh ich nicht Das muss doch hier irgendwo weiter gehen Find ja auch nix, ey, zum Kotzen Jetzt muss ich die Scheiße abbrennen Na, sieht so aus Ey, da drauf muss erstmal einer kommen, Alter Ich hoffe, dass die Scheiße abfucket, ey Na, sag ich doch, ey Oh, scheiße, bin ich tot, ey Ah, verdammt, ey So brennt in der Leiche, sehr schön Und da ist ein Speicherpunkt Und da ist ein Speicherpunkt So, geh mal hier runter Mann, verpiss dich doch mal, ey Man, verpiss dich doch mal, ey Na, ist vorbei Das er halt ein bisschen im Weg rumliegt, ey Das nervt mich ein bisschen Ach, Mann, warum ich denn das hier schon wieder nicht weiter, ey Ich seh auch einfach nix, ey Ich seh auch einfach nix, ey Mann ist das nervig, ey Ja, zu, war klar Ey, witzig, was ich im Weg halt dabei gedacht habe, ey Na, super Das könnte ich die ganze Scheiße noch von vorne machen Ehrlich Na, mach ich hier erstmal Stopp und machen da weiter, wo er verreckt sind Also, bis dann 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 L ort